Wir werden die Erlösung ziehen und dann wird entschieden, wer die Glückliche ist. Natürlich ist das ganze Krönen an sich schon eine riesen Ehre für uns alle, aber der König Krönen ist natürlich schon ein Töpfchen auf dem Einen. Ich wäre natürlich gerne die Auserwählte, aber das wollen wir alle und wir mögen es auch allen gönnen, von daher lassen wir uns überraschen. Vielen Dank.